Dankeschön! Wir hätten doch noch ne Nummer. Wie gesagt, es gibt aber ein Ritual, das muss durchgezogen werden. Das finden wir immer gut. Das ist folgendermaßen ganz simpel, ganz einfach. Wir fragen euch jetzt nur mal, ob wir eine spielen, sondern wenn ihr dann lauft und noch Ja sagt, dann tun wir das auch, sonst erschien sich den Hasen. Also, sollen wir noch ne Nummer spielen? Ja! Ja! Sehr gut! Köln ist Tilly! Sehr gut! Als wir in Bergneustadt auf diesen Schweibel-Liedermacher-Tagen gespielt haben, hatten wir diese Nummer auch ganz am Ende. Dann haben wir uns aufgestellt, dann kam das Finale und genau als wir uns verbeugt haben, kam das erste Mal in meinem Leben Konfetti. Ihr müsst nicht, ihr müsst nicht. Ihr könnt die 5-Euro-Stücke auch beschweren, ich meine die Scheine. Ich hab' ich gefühlt, wie ihr Sieger der Champions League. Und ich hab' nur gedacht, ich muss die ganze Straße noch ein Reck wieder raus sammeln. Glitter, Glitter, Glitter! So, jetzt! Hey! Super! Schieben! Gibt's doch gar nicht! Alter, die Box ist doch gekauft! So! Können wir? So! Ein Lied für den Nachhauseweg! Genau! Ich war schon spät! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020